Jo, und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist mal der neue Shop, es gibt einen neuen Tanz, Wellengang. Falls ihr euch was holt, vergesst nicht rechts unten bei Unterstützer einen Creator Arianfn einzugeben. Damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen, würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall war vorhin das Live-Event, wo die Kugel sich ja geöffnet hat. Also das hab ich vorhin aufgenommen mit It's Assy TV, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ich wollte jetzt danach eigentlich noch eine normale Runde spielen, aber man kommt irgendwie in keine Runden mehr rein. Aber naja, war auf jeden Fall ein richtig geiles Event. Und los geht's mit dem Video. Hier sind so viele. Was machen die? Greifen die sich gegenseitig an? Ich hab mich mit einem angefreundet. Komm hoch, komm hoch. Ich hab mich mit einem angefreundet. So, du bist da hoch? Ja, ja. Tötet der uns? Nein, ich bin voll. Okay, noch drei Minuten fest. Drei Minuten. Ey, die greifen schon an. Arian. Ja, das ist ein Frank. Da ist ein Typ drin. Ey, wenn du die Füße tötest. Wie so töten die sich? Noch drei Minuten. Die kommen alle. Ey, wenn jetzt irgendeiner... Arian, bitte. Oh Gott, ich beschick mich hinter dir. Arian, los! Ey! Ich hab... Komm, 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 komm. Ich hab ne Waffe. Ich auch. Komm, komm, so. Okay, noch zwei Minuten. Ey, nein! Beschiss doch aus. Flugzeug! Ich sag das auch. Nein! 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 Hilf mir! Hilf mir, bitte! Komm, komm, krabbel runter. Noch zwei Minuten. Ey, bitte nicht! Komm, komm, schnell her, komm. Komm, wir gucken von hier. So, jetzt. Hey, ist es, ist es dieser Eiskönig? Das Kind? Ja, ja, ja. Hey, guck mal nach rechts. Guck, guck nach rechts. Was passiert jetzt? Was? Die begrenzt du mir bis Schnee! Ja, jetzt, äh, jetzt über den Schneesturm. Wow! Schnell weg hier, bevor wir getötet werden. Lass uns die Map erkunden. Ey, hier liegen Sachen. Komm. Warte, ich nehme kurz das Medikettel. Ja, das war voll lustig. Ah, der Frechdachs da oben. Wo, wo? Oben, oben! Ja, ich bin tot, Digga. Er kommt rein. Och, nö. Das ist doch der mit der unten. Ja. Also, das war's auch schon mit dem Video. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das Live-Event fandet. Vielleicht nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Arianefn im Shop eingeben. Schaut doch mal bei Jetzt-R-S-I-TV vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!